Momentan kann man dieses Spiel kaum entkommen. Das Indie-Game Fall Guys Ultimate Knockout, diese Mischung aus Takeshi's Castle und Mario Party ist wohl das Trendspiel dieses Sommers und die Zuschauerzahlen auf Twitch explodieren mehr als in einem Michael Bay Film und das obwohl das Spiel gefühlt aus dem Nichts kam und kein prominenter Entwickler dahintersteht. Wie es zu diesem Hype kam und wie gut das Game wirklich ist, darüber soll es in diesem neuen Folge des Blackgrounds gehen. Viel Spaß. Das Spielprinzip von Fall Guys ist so simpel wie die Zubereitung einer Pilz-Rahmensauce mit Hilfe einer Magie-Fertigmischung. Er schlüpft in die Haut eines dieser mutierten Marshmallows oder sind es Minions auf Speed? Keine Ahnung und versucht mit diesen Comicfiguren in einem Online-Match in verschiedenen Minispielen gegen 60 andere Spieler zu bestehen. Fall Guys Ultimate Knockout ist somit dem Genre des Battle Royale zuzuordnen. Doch im Gegensatz zu anderen Battle Royale-Games gibt es hier keine Waffen und Verstecke, sondern jede Menge zuckersüße Minispiele, sodass man sich besser schon mal eine Insulinspritze beiseite legt. Und gewonnen hat auch nicht die Person, die alle anderen abschießt, sondern der, der das erste im Ziel ist und sich die Krone geschnappt. Der ganze Spaß wurde dabei von Mediatonic Limited entwickelt und von Devolver Digital am 4. August 2020 für PC und Playstation 4 veröffentlicht. Für Nutzer der Playstation Plus Mitgliedschaft wurde das Spiel bereits ab Veröffentlichung kostenlos zur Verfügung gestellt, was bestimmt einer der Faktoren für die plötzliche Beliebtheit des Spiels ist. Auf Steam ist der ganze Spaß für ca. 20 Euro zu haben. Die Collectors Edition für 30 Euro beinhaltet dann noch Kosmetik-Outfits, aber die braucht man nun nicht wirklich. Die Zahlen für dieses Art Super Monkey Ball für die Fortnite-Generation sind dabei absolut beeindruckend. Innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung hatte das Spiel bereits schon über 1,5 Millionen Spieler angezogen. Und am 10. August gab man bekannt, dass das Spiel auf Steam bereits über 2 Millionen Mal heruntergeladen wurde. Mehr als 23 Millionen Stunden Gameplay schauten sich Twitch-Zuschauer im selben Zeitraum an. Für eine neue Marke eine absolut beeindruckende Leistung. Doch was zeichnet das Spiel eigentlich aus? Neben der Battle Royale-Mechanik ist es vor allem die virtuelle Umsetzung einer Gameshow wie Takeshi's Castle, zu dem ich im Rahmen meiner Flash-Speak-Rubrik vor kurzem auch ein Video gemacht habe, also schaut auch gerne mal vorbei. Und so wie in Takeshi's Castle die Teilnehmer durch bunte Pappmasche und Hüpfburg-Installationen springen, die wie nachgebaute Super Mario-Welten wirken, so funktioniert auch Fall Guys. Wir treten in einer fiktiven Gameshow mit mehreren Runden gegen insgesamt 59 menschliche Mitstreiter online an. Pro Minispiel fliegt eine unterschiedlich hohe Quote des Teilnehmer-Fails raus. Und glaubt mir, dieses Prinzip der Qualifikation sorgt teilweise für mehr Frustration als ein Massengangbang mit blauen Panzern in der letzten Runde von Mario Kart. Dieses Battle Royale-Prinzip mündet dann in einem Finale, bei dem wirklich nur ein einziger Kandidat die Siegestrone für sich beansprucht. Die Minispiele lassen sich dabei in vier Kategorien unterteilen. Es gibt Wettrennen, Überleben, Jagd und Logik. Dazu gibt es Spiele, welche man im Team spielt, aber die mag ich nicht so gerne. Ich bin einfach ein Egoist. Insgesamt überwiegen aber klar die Hände des Parcours. Dank der simplen Steuerung, die nur aus Laufen, Springen, Greifen und nach vorne Hechten besteht, ist die Spielmechanik auch schnell verinnerlicht, sodass auch Windelscheißer kleine Kinder sowie Senioren sich in dem Game schnell zurechtfinden werden. Das Ganze erfolgreich dann jedoch zu meistern ist nochmal was ganz was anderes. Und dank schwingender, riesen Pendel, wackeligen Wippen, glibberiger Masse oder schnell rotierenden Plattformen, ist man schneller draußen als ein Supersize-Model bei Germany's Next Topmodel. Letztendlich muss man sagen, diese Mischung aus zugänglichen Spielprinzip, sodass selbst die Tetris-Steine neidisch werben und das sehr süße Design mit einer Mischung aus Adventure-Time und Takeshi's Castle konnte damit sehr leicht eine breite Masse überzeugen. Und dabei schien dieses Spiel erst am Anfang, denn im Rahmen verschiedener Seasons bekommt das Spiel wohl in Zukunft noch etliche Inhalte spendiert. Neue Inhalte, die es auch ein bisschen nötig hat. Im jetzigen Entwicklungsstand wirkte die Tetris teilweise noch etwas unfertig und ausbaufähig. Zwar nicht so schlimm wie der Berliner Flughafen, aber trotzdem. Das Grundgerüst an sich steht aber und ist super spaßig und unterhaltsam. Fall Guys bräuchte nur ein wenig mehr Abwechslung innerhalb der Levels bzw. weitere Spielmodi und Verbesserungen im Detail, um auch noch für viele Spieler interessanter zu werden. Für eine simple Runde am Tag ist das Spiel aber super geeignet und liefert dafür Glückshormone oder den größten Hass, wenn man schon wieder von einem verdammten Minion runtergeschubst wurde. Süchtig machen tut das Spielprinzip aber auf jeden Fall. Dadurch, dass ein kleiner Entwickler dahinter steckt, wird es zwar noch ein wenig dauern, bis sämtliche Bugs und Hacker ausgemerzt sind, aber ich denke, das Spiel wird nun mal richtig größer und im Gegensatz zu Fortnite kann ich mit Jump'n' Runs und Minispielen einfach mehr anfangen. Und wenn das Ganze dann mit so viel Schadenfreie, Chaos und unbeschwerbten Quatsch daherkommt, bin ich gerne am Start. Ja und jetzt würde mich interessieren, wie gut gefällt euch Folger? Schreibt es gerne in die Kommentare, um damit auch in eine Community-Ecke zu landen. Das ist die Ecke, wo eure Kommentare landen und die dann von mir am Ende des Videos immer kommentiert werden, um das Video in die Länge zu stecken. Ganz einfach. Paxborn schreibt, woher kenne ich deine Stimme? Nun, ich hoffe von ungeschminkter Backstream, dann natürlich aus dem Radio, von meinen Showsantenne feiern oder Trashradio, von meinem Podcast, aus der See sogar Hotline oder den Ansager der Bahn, doch bitte den Mundschutz zu tragen. Ich bin eigentlich überall zu hören, nur nicht aktiv genug, muss dringend mal wieder mehr Videos produzieren. Bananenonkel schreibt, oh, er lebt noch, er lebt noch. Ja, ich lebe noch, aber sagt jetzt mal den YouTube-Algorithmus. Deswegen, ich wäre sehr, sehr dankbar, wenn ihr dieses Video natürlich teilt und ganz mit einem Daumen nach oben verseht. Das wäre super, um mal wieder vom Algorithmus irgendwie erkannt zu werden. Naja, ganz anders schreibt jeder Meinungsblogger Videos über Apporette und Backstream Video über Döner. Ja, für YouTube-Diefs habe ich mich ja noch nie interessiert. Ich mache auf YouTube Meinungsvideos über das, worauf ich gerade selbst immer Lust habe. Wenn es ein Döner ist, dann gibt es ein Video über einen Döner. Und wenn mich ein Film interessiert, dann mache ich über diesen Film ein Video. Und deswegen würde ich sagen, dass es hier auch mit die größte Abwechslung gibt auf diesem Kanal. Oder Kritiker würden sagen, hier fehlt ein Kanalkonzept. Je nachdem. Ich bedanke mich, dass ihr am Start seid, wie immer. Und wir sehen uns im nächsten Video. Hoffentlich ein bisschen eher als sonst. In diesem Sinne, macht es gut. Broadcast yourself, broadcast together. Euer ungeschminkter Blackscreen.